hallo und willkommen bei diesem video ja es ist so gekommen dass es weitergeht der liebe netti aka daniel schönfeld der in tanto in brandenburg wohnt ist oder hat er gesagt sich sechs accounts gemacht ich habe sechs disflex bekommen in meinem video dachte ich kann ich mir nicht vorstellen habe ich geguckt alle selber ip habe geguckt er in sein account genau dieselbe ip daniel hat sich also sechs accounts gemacht habe geguckt er hat sich auch mit den sechs accounts abonniert das heißt der daniel bot sich hoch dann wenn du das liest bekommt skype oder ich werde dich sonst striken mehrfach wegen mehrfach account also pro account kann man eins wegbekommen bei dresdorx wird dein kanal geschlossen das heißt du verlierst dann wieder mal ein paar kanäle und dann will ich noch was anderes klären aber das ist dafür soll zu skype kommen wenn nicht dann wird das einfach ein video veröffentlicht habe ich auch kein problem mit ich werde jetzt auch erst muss ich nicht ich dachte schon ja ich werde jetzt erstmal die bewertung noch privat aber ach muss ich nicht und so öfters deine disflex umso mehr strikes kann er kassieren deswegen also disliken ist ja nichts schlimmes es ist aber nur erlaubt mit ein beziehungsweise liken und disliken du darfst nur mit ein account liken beziehungsweise weil der daniel das nicht macht keiner strikes kassieren dafür und allgemein deswegen wenn du jetzt dann das video siehst und skype kommst keine probleme und wenn du nicht kommst dann wirst du weg jetzt direkt und ich werde ein anderes video machen für morgen irgendwie sagen haut rein lass den like da wenn euch das gefallen hat und wenn ihr die information gut fandet dass deine sich boostet mit einem account und mich mit seinen sechs accounts hatet und schreibt eure meinung 100 prozent in die kommentare will ich wissen und ciao